Wer es wackelig mag, der ist im Moment beim DAX ganz gut aufgehoben, insbesondere erstmal eine scharpe Abwärtsbewegung gezeigt, jetzt fast genauso stark wieder nach oben, also da kann man sehen, da ist Schwung drin im Markt. So sehr überraschend ist das eigentlich nicht, wir hatten gestern darüber gesprochen, dass das, was wir in den Stunden zuvor hatten mit diesen überschneidenden Bewegungen hier, dass das keine klassische Haupttrendrichtung ist. Das sieht also sehr korrektiv aus, alleine wegen dieser vielen Überschneidungen, ähnlich großer Korrekturen, das macht keinen guten Eindruck und dementsprechend ist die Vermutung nahe, dass das nicht die richtige Richtung ist, sondern der Kurs in der falschen Richtung unterwegs ist und dieses Tief nochmal herausgenommen werden sollte. So weit die Aussage gestern, das ist dann natürlich auch genau, nicht natürlich, aber es ist dann auch so gekommen wie typisch. Natürlich ist das nicht, ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck habt, na klar, das klappt immer so. Nein, Traden und die Analyse der Charts ist nicht, dass etwas immer exakt genauso passiert, wie wir das vorher erahnen. Ich sage es bewusst so, Vorhersagen will ich gar nicht ausdrücken. Nein, es ist nur, ist etwas sehr typisch oder ist es nicht typisch und dieser Anstieg ist nicht sehr typisch und deshalb sehr realistisch, dass der Kurs eben dieses Tief nochmal rausnimmt. Das hat er nun getan, jetzt wiederum ist er toll wieder auf dem Weg nach oben und das finde ich aus der bullischen Sicht aktuell jetzt viel besser. Denn anders als die Bewegung, die wir hier nach oben haben, zumindest mal in der Summe hier einzelne Bereiche schon, aber ist ja auch ein Stück nach oben gegangen, ist das, was wir hier bisher haben, eigentlich eine wunderbare Geschichte. Wir sind noch überlappungsfrei. Naja, wir haben auch nur einen Rücksetzer bisher, weil der Arm hier schon so viel länger da drüber gelaufen ist, bin ich eigentlich ganz gut bullisch unterwegs, deshalb werden wir das gleich nochmal vergleichen mit den Amerikanern, dann wird euch das wieder einfallen oder auffallen. Und das, was wir hier haben, ist eigentlich hervorragend, wenn jetzt nochmal eine Korrektur kommt, die ähnlich groß ist, wie das, was wir hier haben. Das muss nicht exakt so aussehen, aber irgendwas so, dann seht ihr, ähnlich groß, nur so Größenordnung, dann ist das eben genau nicht überschneiden. Und das ist viel höher als das. Ihr seht den Unterschied hier, diese Gegenbewegungen, die wir hier haben, die sind alle irgendwie, überschneidet sich das immer wieder, kein guter Plan. Aber rechts vom Tief sieht das Ganze hervorragend aus. Das ist ein echter Startpunkt. Der Kurs kam von oben runter, ein echter Startpunkt. Bisher sowieso keine Überlappung, weil nur drei Wellen, da kann es nicht überlappen. Also wenn ich von Überlappung rede, rede ich immer von den Gegenbewegungen. Wir haben ja nur eine. Mit was soll die überlappen? Aber wenn eine zweite Gegenbewegung kommt, dann ist die Frage, überschneidet sich die? Das wäre nicht gut. Wäre aber auch alleine schon nicht so gut, weil die dann so groß ist. Dann würde man sich auch die Frage stellen, was soll das denn jetzt? Also insofern haben wir mehrere gute Argumente, dass solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, das ist das Zwischenhoch von heute, was war es, 12 Uhr, irgendwann so Mittagszeit, 15.890 beim Future. Das ist jetzt der Future-Kurs hier. Und so lange ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn Korrekturen in ähnlicher Größe passieren wie das, was wir hier hatten, ich male es bewusst so ein bisschen krummbucklig hier rein, dann ist das alles in Ordnung und noch völlig überlappungsfrei. Ich würde mich nicht wundern, das erwarte ich, dass das Ganze dann ein Fünffäller wird. Warum Fünffäller? Wenn die gleich lang sind, dann ist es relativ realistisch auch, dass der Kurs nach unten geht. Je länger der da drüber geht, wir haben ja gestern drüber gesprochen, Je länger der da drüber geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nach einer Korrektur, die wie gesagt ähnlich ist wie diese, noch mal weiter nach oben geht. Also ihr seht ungefähr, das sind alles im Moment jetzt zumindest mal für den DAX eher bullische Szenarien. Inwieweit es heute Abend noch zum Tragen kommt, werden wir sehen. Vielleicht gibt es gleich mal irgendwann ein Päuschen. Es ist übrigens auch denkbar, dass diese Pause erst später ist. Also das ist jetzt nicht eine Vorhersage, Achtung, in den nächsten Minuten dreht er. Das will ich nicht aussagen und lasse ihn auch noch ein bisschen weiter steigen, wäre ebenfalls denkbar. An dieser Grundausrichtung ändert sich nichts und sobald wir diese Korrektur hier haben, können wir davon ausgehen, ein Anstieg, dafür ist es noch mal gut. Dafür wäre es allerdings wichtig, dass dieses hier wirklich korrektiv aussieht. Korrektiv ist entweder irgendwie so krummbucklig mit ganz vielen Bewegungsüberschneidungen oder auch ein Dreiweller in irgendeiner Form wäre ebenfalls geeignet für eine Korrektur. Ihr seht, wohin das rausläuft. Aktuell beim DAX bin ich also ganz guten Mutes. Das bin ich übergeordnet ja sowieso. Ich denke ja, wir haben eine ganz gute Chance, dass wir vielleicht auch früher oder später die 18.000 sehen. Vielleicht gar nicht so arg weit entfernt. Dem einzigen, dem ich noch nicht traue, ich hätte gerne, gerne, gerne nochmal einen Rücksetzer, der so tief runter geht. Muss nicht exakt bis 15.600 hier im Future gehen, aber irgendwie sowas in der Richtung. Dann wären noch mehr Leute überzeugt, wenn es korrektiv ist und dass die Bewegung im Anschluss danach ja nochmal wieder weiter nach oben geht. Also ihr seht schon, eigentlich, wir reden, ich rede immer wieder gerne auch mal von der Abwärtsseite, aber das sind Korrekturmuster. Das sind eigentlich Gegenbewegungen gegen den Trend. Und deshalb ist das gar nicht jetzt irgendwie was, ah, die Welt geht unter, sondern eher sowas, ah, guck mal, das bestätigt die bullische Richtung. Nur wenn es zu steil nach unten geht und nur korrektiv nach oben, dann dreht das vielleicht. Aber im Moment haben wir das nicht. Und solange es nicht ist, müssen wir hier über die Abwärtsseite ja nur temporär im Rahmen einer Korrektur hier reden. Das, was wir jetzt eben besprochen haben, ist eigentlich hervorragend, wenn wir auf den Dow Jones gucken, denn genau das haben wir da bekommen. Da haben wir gestern drüber gesprochen, deshalb ist das ein ganz gutes Lehrbeispiel. Wir hatten darüber gesprochen, dass das hier eine Geschichte ist, einen Rücksetzer in diese Lieblingszone, der war korrektiv. Ja, ihr seht das hier, wenn ihr das nicht mehr so genau vor Augen habt. Ihr könnt euch auch das Video von gestern nochmal angucken. Anschließend ein Anstieg. Wir haben gesagt, bis hier rechnen wir ja auf jeden Fall, das war allerdings, glaube ich, schon vorgestern, dass wir das gesagt haben, mit dann Chancen, dass es so geht oder so. Wenn er diese Marke erreicht, dann ist das, was als nächstes kommt, wahrscheinlich eine Korrektur, die, sagen wir mal, das Pandor zu dem hier vorne ist. Und auch anschließend, weil wir dann ja überlappungsfrei wahrscheinlich sind, wenn die ähnlich groß sind, führt das nochmal, dass auch das rausgenommen wird, weil wir ja diesen klassischen fünffälligen Verlauf hier zu erwarten haben. Also das, was wir eben gerade theoretisch beim DAX besprochen haben, hat der Dow hier schon gezeigt. Also wir sehen, dass Theorie und Praxis durchaus miteinander verwandt sind. An der Börse ist das zumindest mal nicht so abwegig. Das ist natürlich nicht immer so, aber es ist durchaus sinnvoll, von diesen typischen Verlaufsmustern grundsätzlich mal auszugehen und seine Grobausrichtung so zu machen. Vielleicht sogar sein konkretes Trading. Wir machen das ja immer gerne relativ konkret mit diesen Verhaltensmustern. Aber selbst wenn ihr sagt, das ist mir noch zu undurchsichtig, habt ihr zumindest mal eher die Freifahrtscheine, soll ich eher für die Long-Seite oder eher für die Short-Seite mich da orientieren. So habt ihr immer so ein bisschen eine Überlegung, worum es da geht. Jetzt beim Dow Jones muss ich allerdings sagen, jetzt sind wir ja schon mehr oder weniger fünffällig nach oben. Ich sehe also die Gefahr, dass er so langsam hier oben verhungert. Das muss jetzt nicht zwingend passieren. Das kann auch noch deutlich länger gehen. Ich würde mir, wenn es ganz toll laufen sollte, sowieso erwarten, dass wir hier hinten ja auch einen internen kleinen Fünffäller irgendwie kriegen. Also ein bisschen höher kann ich mir schon noch vorstellen, dass das Ganze geht. Also ihr seht, so ein internes, ja auch ein Fünffäller, wäre ja durchaus realistisch. In dieser Haupttrendrichtung laufen die Bewegungen eben gerne ungefähr auf diese Art und Weise. Wäre ja durchaus passend. So, das wäre also meine Wunsch, ideale Wartungshaltung. Aber ihr seht, das Ganze geht dem Ende entgegen. Das ist jetzt nicht nur hundertprozentig hier bis dahin und dann dreht er. Ja, trotzdem kann man sich mal so vormerken, naja, 34.100, 200, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann wäre eine Pause erstmal wieder angesagt. Diese Pause ist aber nicht jetzt irgendwie was mit Drama-Modus, sondern ist halt eine Pause. Ja, wir kennen das vom Fußball. Naja, da ist halt Pause, danach geht es ja weiter. Jetzt stellt euch nicht so an. So, also wir hätten diesen Anstieg. Und wenn diese Pause wirklich eine Pause bleibt und Pausen, haben wir gesagt, sind dreiwellig, nochmal so zur Erinnerung, das könnte so aussehen. Oder irgendwie so krummbucklig hin und her wackeln, wo man nicht genau weiß, was es ist, aber eben auf jeden Fall nicht eine starke Bewegungsrichtung. Das wären alles eigentlich ganz gute Anzeichen dafür. Machen wir das mal weg. Wenn diese Pause, gemessen vom tiefsten Punkt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt genau treffe, aber so genau müssen wir es nicht machen, zum dann höchsten Punkt, den haben wir noch nicht. Den wissen wir dann, wenn die Pause anfängt. Also wir müssen nicht das Ende der Pause abwarten, aber wenn so ein bisschen ein Teil der Pause, wenn wir sehen, guck mal, die verlassen gerade diese Niveaus hier, die verlassen den Platz, dann ist wohl Pause, dann weiß ich, okay, das war der Endpunkt der Bewegung und dann hätte ich wieder meine Zone mit der blauen Kiste, 38, 50, 61, 8, Fibonacci. Die Werte bitte noch nicht auswendig merken, weil die beziehen sich auf dieses Hoch hier. Das haben wir doch noch nicht. Wir stehen doch aktuell erst hier. Das heißt, ich weiß es erst, wenn ich dieses Hoch habe. Da der Kurs im Moment noch klettert, macht das noch wenig Sinn, diese Zeichnung zu machen. Außer für euch jetzt, um euch ein bisschen zu sensibilisieren für diese Idee. Aber wenn ihr seht, dass der Kurs nicht jetzt dieses Komplette, aber zumindest mal sowas macht, dann sagt ihr, ah, okay, wir sind jetzt wahrscheinlich in der Pause. In dem Moment habt ihr diesen Punkt und in dem Moment habt ihr hier schon die Idee, da muss es rein und ihr habt die Idee, wie das aussehen muss, nämlich idealerweise dreiwellig oder irgendwie überschneidend mehrwellig. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, hätten wir hier dann das nächste Longsignal an der Stelle. Warum soll man da nicht drinbleiben, wenn da eh wieder Long geht? Weil wir ja noch nicht wissen, ob er danach nochmal Long geht oder ob er nicht sagt, ah, Rüdiger, das war völlig falsch, wir gehen nach unten weg. Das ist der Grund, warum ich gerne dann Gewinne mitnehme und sage, jetzt komm, wir ziehen jetzt hinterher und wenn er dann wirklich keinen Bock mehr hat, dann gehen wir halt raus. Wenn wir einen Neueinstieg hinkriegen, ist super. Und wenn er sagt, nichts Neueinstieg, dann bin ich froh, dass ich da oben raus bin. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen vom Typ ab, ob man sagt, ich will ein bisschen länger drinbleiben, weniger Aktivismus zeigen oder ob ihr sagt, nee, nee, ich bin schon ein bisschen aktiver und kann auch mal rausgehen, kann ja wieder die Positionen eröffnen. Das ist subjektiv, muss jeder individuell entscheiden, auch wie ihr Zeit habt, wie ihr Lust habt, euch mit den Märkten zu beschäftigen. Dann könnt ihr das auf euren Rhythmus entsprechend abzielen. Im Großen hat sich nicht wirklich was verändert. Wir sind tatsächlich so ein bisschen in Pause, würde auch hier sein. Aus meiner Sicht wäre diese Pause aber eigentlich erst, wenn der Kurs hier noch ein bisschen höher geht, damit wir hier vorne auch so einen richtig schönen Fünfweller haben. Wir haben jetzt schon so einen Pseudo-Fünfweller, aber schön ist immer schöner. Deshalb, ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch höher gehen. Also das, was wir hier angedeutet haben, zum Beispiel nach dieser Pause kommt quasi dieser zweite Teil dieser schwarzen Bewege, also dieses Pfeils hier. Das wäre eigentlich eine Geschichte, die ich mir noch vorstellen kann, also noch ein bisschen höher. Aber das müssen wir mal sehen, das ist noch alles Theorie. Wir wissen ja nicht, ob diese Korrektur jetzt hier kommt. Ich möchte euch aber die vorher schon zeigen, nicht, dass ich hätte vorher was gesagt, hätte ich die auch gefunden. Also wenn die nicht kommt, dann besser nicht handeln aktuell. Zumindest mal die Long-Seite, wie gesagt, rechnet mit einer Pause. Dass wir ungefähr hier auf diese mittleren Niveaus wieder zurückfallen. Irgendwo hier 33.000. Das weiß ich noch nicht genau. Das sage ich euch dann, wenn der Kurs wirklich runterkommt. Also nach dem Hoch idealerweise. Aber da sprechen wir dann in einem der nächsten Nachmittags-Updates nochmal drüber. Im Moment ist das noch nicht spruchreif. Also Pause kann durchaus bald kommen. Das will ich aber gar nicht so häufig jetzt erwähnen. Doch, hier im Kleinen ist ja auch Pause. Doch, doch, kann man durchaus Pause erwähnen. Ihr seht ungefähr, worauf das hinausläuft. Wie sieht es beim S&P aus? Naja, im Wesentlichen nicht großartig anders. Hier ist die interne Struktur allerdings so unausgeprägt, dass man wahrscheinlich eher das hier als eine Hauptpause im Moment, also das ist seit diesem Anstieg der größte Rücksetzer. Hier ist ein starker Anstieg. Das ist der größte Rücksetzer. Auch den können wir mal messen. Ist der groß genug? Schauen wir mal, vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Und dann stellen wir fest, 38, 50, 61, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer mache ich ja immer. Naja, er ist da schon ungefähr. Also lieber wäre mir gewesen, ehrlich gesagt, wenn er noch ein bisschen tiefer geht. Dann sind die Wahrscheinlichkeiten noch deutlich größer, dass es weiterläuft. Aber auf der anderen Seite ist es ein ganz klar dreiwelliges Verhaltensmuster. Wir sehen also das, dann hatten wir hier die Pause, die übrigens wieder dreiwellig ist. Und hier hinten nochmal eine starke Bewegung. Damit ist das eine klassische Korrekturbewegung. Von der Größe leicht zu klein. Nicht zu klein im Sinne von, ist das okay oder ist es nicht okay, sondern leicht zu klein für meinen Geschmack. Ich mag es immer etwas größer, weil dann die Wahrscheinlichkeiten, falsch zu liegen, ein bisschen abnehmen. Das würde aber zu sehr jetzt in die Statistik reingehen, wollen wir nicht breittreten. Also insofern, das ist völlig legitim, dass die Korrektur nur so groß ist. Aber es wäre auch legitim, wenn es noch ein bisschen tiefer gegangen wäre. Und dann bleibt immer so ein bisschen die Restsorge, dass die Korrektur ja noch gar nicht fertig ist, sondern erst da fertig ist und anschließend nach oben geht mit einer Seitwärtskorrektur. Im Moment würde ich diese Sorge aber gar nicht übergewichten, denn dieser Anstieg ist schon wieder so dynamisch und eben nicht dreiwellig. Und für das Szenario, was ich gezeichnet habe, müsste er hier idealerweise dreiwellig hoch und anschließend nochmal korrektiv runter. Da das aber so dynamisch ist wieder hier, die Bewegung, gehe ich jetzt im Moment tatsächlich eher davon aus, dass Korrekturen kleinerer oder größerer Natur immer wieder neue Long-Einstiege nochmal bringen. Also insofern, ich bin, was das angeht, eher gar nicht so schlecht drauf, was die kleine Ausrichtung hier angeht, auf jeden Fall. Die 4-Stunden-Charts ebenfalls haben wir schon gesagt, naja, wenn er hier hält, eigentlich würden, wie gesagt, hier, das war das Spiel mit dem Feuer gestern, wo ich gesagt habe, nur mit, wenn wir nicht ganz genau hingucken, mit viel Wohlwollen. Aber die Marktteilnehmer haben immerhin an der Stelle gedreht, das zeichnete sich ja ab. Also ich bin mir sehr sicher eigentlich, dass wir diese Hochs hier 4200 auch nochmal toppen werden und vielleicht auch noch ein gutes Stück weiter nach oben gehen. Eigentlich könnte man das sogar nochmal ein bisschen genauer messen, wie hoch das geht, wie hoch diese Bewegung da hinten noch zu erwarten ist. Aber zumindest mal größenordnungsmäßig, wollen wir es jetzt nicht zu arg intensivieren, wäre auch so eine Größenordnung hier hinten nicht sonderbar. Und dann wären wir auch locker nicht nur bei 4200. Also das Überschießen halte ich für, ich sage jetzt das mal so, bitte jetzt nicht wortwörtlich nehmen, aber das ist quasi abgemachte Sache. Nichts ist 100% abgesagt, aber angesagt, abgemacht oder angesagt. Aber ich sage mal, die Chancen, dass wir das jetzt übersteigen, halt ich finde, extrem groß. Und orientierungsmäßig ist Erste und Hintere gerne ähnlich groß. Also wundern würde mich nicht, wenn wir zumindest nochmal deutlich Richtung 4300 gehen. Vielleicht erreichen wir die ja sogar noch. Wundern würde mich das nicht. Das macht das übergeordnete Bild allerdings auch noch nicht so richtig viel besser. Dann wären wir zwar bis hierhin, aber dieses insgesamtige Korrekturmuster, naja, ihr kennt meine Einstellung dazu, das ist aber nicht unbedingt Thema für die Nachmittagsvideos. Das müssen wir jetzt nicht breit treten. Aktuell ist Feiern angesagt, nämlich die Ausrichtung nach oben. So sieht es aktuell zumindest mal nach aus. Wartet auf Rücksetzer korrektiver Natur, dann habt ihr eine Idee, dass die Fortsetzung sehr realistisch eben nochmal vorgenommen wird. Und der Nasdaq, schauen wir uns den auch nochmal Intraday an hier. 5 Minuten Chart für all diejenigen, die jetzt vielleicht im Laufe des Nachmittags nochmal irgendwie was aktiv werden wollen. Dazu, da würde ich im Moment fast sagen, wir hatten hier die erste Bewegung, die zweite Bewegung hier die Pause. Das war eine Seitwärtskorrektur, das haben wir vor kurzem intensiver besprochen. Dann haben wir diese hier. Das ist dann wohl eher eine scharfe Korrektur, die wir hier haben. Und eine realistische Chance, dass der Kurs weiter noch nach oben geht. Also auch das Hoch hier nochmal rausnimmt. Also ich sage mal 3.800, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass er das auch irgendwie nochmal ansteuert. Ob es exakt die 400 ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie sowas diese Richtung, da sind wir noch ganz gut unterwegs. Allerdings, jetzt ist noch eine Frage, macht er das jetzt? Oder sagt er sich, ja, aber erst dann? Und das ist ja für jemanden, der jetzt aktiver Markt sein will, durchaus nicht uninteressant, ob er nochmal diesen Schlenker runter macht oder ob er sagt, geht doch, geht er gleich nach oben. Wie kann man sich das ungefähr abschätzen, wie die Chancen dafür sind? Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Im Moment würde ich fast sagen, schaut mal hier, das war eigentlich der Tiefpunkt. Dann sind wir hochgegangen, dann sind wir runtergelaufen, dann sind wir hochgegangen. Jetzt sind wir hier. Das überschneidet sich mit dem. Also ich glaube fast schon, wir sind noch nicht auf dem Trichter. Wir sind noch nicht auf der Longseite, dass wir jetzt hier hingehen. Das ist noch korrektiv. Das kann man vorab erahnen. Ich mache nochmal alles weg. Der hier, also mich interessiert nur die Aufwärtsrichtung. Alles davor, das war ja abwärts. Das ist der tiefste Punkt seit diesem Hoch. Alles das interessiert mich. Dann hatten wir hier einen Hoch, hier einen Tief. Das ist super. Steigende Tiefs, steigende Hochs irgendwie. Dann haben wir hier einen Hoch. Jawohl, steigende Hochs irgendwie. Dann haben wir hier diesen hier. Okay, sie steigen noch, aber sie sind nicht überschneidend. Der ist niedriger als das. Warum, wenn ihr so guten Mutes seid? Also das ist etwas, was ich nicht toll finde. Und das lässt vermuten, dass entweder wir eine sehr schwache Aufwärtsbewegung hier bekommen. Stichwort wäre ein Ending Diagonal. Dann wird das eher eine knappe Geschichte mit dem Anstieg. Etwas, was ich nicht zwingend so gerne handel. Oder aber, dass wir sowieso hier erst nochmal in einem Korrekturmuster sind und vorher nochmal hier runter müssen. Erinnert ihr euch, was wir uns beim DAX angeguckt haben? Da habe ich auch gesagt, die Aufwärtsseite sah korrektiv aus. Da war schon klar, eigentlich müssten wir da nochmal runter. Und dann kann er danach ja wieder diese Haupttrendrichtung wieder fortsetzen. Also ihr seht, daran könnt ihr so im Schnellcheck, das ist nicht 100% verlässlich, aber ihr habt einen Schnellcheck, wie wahrscheinlich ist das eine oder das andere Bild. Und könnt sagen, okay, nicht so der Burner, also lieber nicht. So, also entweder hier nochmal auf die Abwärtsseite warten und danach erst gucken, auf die Longseite zu gehen, was ich sowieso immer schick finde. Wenn er hier entweder kleinere Korrekturen, dann gehe ich nochmal Short. Nehmen wir mal an, er würde jetzt sehr, sehr wackelig runtergehen. Dann könnte man auch überlegen, ob es nicht nochmal inzwischen Long ist, was ich bei der dreiwelligen Vorgeschichte nicht so toll finde, aber wahrscheinlich dann die bessere Richtung ist. Also achtet auf diese Korrekturmuster. Und wenn ihr sie nicht erkennt, wartet im Zweifelsfall, wenn das kommt, und ihr bekommt dann hier auf der Ebene sowas mit, dann wisst ihr, okay, dann ist wohl jetzt die richtige Zeit für den Long-Einstieg. Also, ein Selbstläufer ist es noch nicht. Es gibt noch immer wieder kleine Umwege, aber der Markt ist volatil. Das liegt sicherlich an der Earning-Situation auf der einen Seite. Es liegt sicherlich daran, dass viele Marktteilnehmer ein bisschen zerrissen sind, wie sie mit der aktuellen Marktsituation umgehen sollen. Aber das macht es ja auch spannend und den Markt so bewegt. In diesem Sinne euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Vorher nochmal viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Trading-Ideen. Und ganz liebe Grüße von meiner Seite.